Analysen Wisst ihr, was ich mir gerne ansehe? Analysen und Video-Essays. Also, jetzt nicht nur das, aber ihr versteht schon. Wenn mir langweilig ist und ich auf meine YouTube-Startseite klicke, werden mir meistens Dutzende Videos von Leuten vorgeschlagen, die sich über irgendetwas Gedanken machen und von ihren Ergebnissen erzählen. Größtenteils geht's um gute oder schlechte Filme oder Story-Strukturen. Oder darum, wieso ein bestimmter Charakter gut umgesetzt ist oder wieso nicht. Bringt mich oft auf neue Ideen und fühlt sich nach Weiterbildung an, ist ganz nützlich. Es gab auch mal eine Zeit, an der ich mir sehr viele Pony-Analysen angesehen habe. Reviews zu Folgen, Diskussionen über die Story und Figuren und all sowas. Auch daran hatte ich meinen Spaß und ich fand es immer wieder sehr erhellend. Aber was ich ebenfalls merkte war, dass mir diese Analyse-Videos massiv den Spaß an der Serie genommen haben. Ja, wirklich. Ich hänge derzeit tierisch mit den Folgen hinterher, hab in der Mitte von Staffel 6 pausiert und seitdem nur noch die Folgen gesehen, in denen Discord vorkommt. Nicht, weil ich absolut keine Lust mehr gehabt oder komplett das Interesse verloren hätte oder so. Nö, ich war einfach nur irgendwie ausgebrannt und war ein Stück weit raus. Ich hab gemerkt, dass ich mir so viele Meinungen und Diskussionen zu den Ponys angehört hatte, dass ich den Spaß verloren hab. Folgen, die ich mochte, wurden von Reviewern auseinandergenommen und anhand von oft kleinen Punkten als schlechte Charakterentwicklung dargestellt. Botschaften von Folgen, die sich für mich persönlich sehr sinnvoll und natürlich angefühlt haben, wurden scharf kritisiert und ich bekam zunehmend das Gefühl, dass an der Serie nicht so richtig funktionierte. Das ist definitiv meine eigene Schuld gewesen. Ich selbst hab ja die Videos von so vielen unterschiedlichen Leuten gesehen und mich damit in die Haarspalterei verloren, die in der Analyse-Community herrscht. Aber ohne ein direktes Statement zur Qualität dieser Videos zu machen, denn schließlich mag ich diese Videos ja gerne, glaube ich, dass MLP nicht ganz die richtige Serie ist, um diese Art von Story-Analyse zu vollziehen. Nachdem ich so viele Videos dazu gesehen hab, wie die Effektivität des Horrors in Alien oder die moralische Komplexität von Breaking Bad analysiert wurde, kam mir der Gedanke, dass es vielleicht nicht ganz angebracht ist, dieselbe Form von kritischem Denken auf eine Serie anzuwenden, die nach wie vor primär eine bunte Kinderserie über Ponys ist, die Lektionen über Freundschaft lernen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe es, Dinge zu überdenken, um mich in den kleinsten Details zu verlieren. Während ich persönlich mich lieber inhaltlich mit der Welt und den Figuren direkt befasse und die Machart eher als Rahmen ansehe, um zu verstehen, wie genau bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, kann ich durchaus den Spaß anerkennen, den man dabei hat, sich komplett über das Schreiberteam zu erheben und jedes Wort im Skript so lange auf die Goldwaage zu legen, bis jede noch so unwahrscheinliche Bedeutung herausgelesen werden kann. Sowas mache ich persönlich auch sehr oft, wie jeder bestätigen wird, der mich persönlich kennt. Also wirklich, ich mache sowas ständig. Von daher, absolut, ich verstehe, warum das Spaß macht. Das ist super, das ist total witzig. Okay, vielleicht braucht ihr ein Beispiel, damit ihr besser versteht, was ich eigentlich meine, denn sonst kann ich hier rumquatschen, so viel ich will. Es gibt einen YouTuber, der sich über die Moral der Folge Do Princesses Dream of Magic Sheep aufgeregt hat. Erinnert ihr euch alle noch? Das ist diese Folge, wo Luna ein Albtraummonster erschaffen hat, um sich selbst für ihre früheren Taten zu bestrafen. Dieser Analyst meinte nun, die Moral sei nicht nur vollkommen out of character für Luna, sondern auch die vollkommen falsche Botschaft. Dass Luna das Monster durch reine Willenskraft und Selbstverzeihung bezwungen hat, bezeichnete er förmlich als gefährlich. Wieso? Weil er hineininterpretiert hat, dass damit eine Haltung gegenüber schweren psychischen Störungen propagiert wurde. Mit anderen Worten glaubte er, weil ein Pony aus einer Zeichentrickserie gelernt hat, sich für seine Fehler als größenwahnsinniger Schurke zu verzeihen und damit den Tag zu retten, würden nun Kinder, die diese Folge gesehen haben, anfangen, sich über Depressive lustig zu machen, weil sie kein Verständnis mehr für die Schwere so einer Krankheit hätten. Ja, das finde ich etwas weit hergeholt. Ich meine klar, man kann alles in alles reininterpretieren, wenn man möchte. Und wenn man so empfindet und deshalb die Folge nicht mag, dann ja, okay, das ist jedermanns gutes Recht. Ich persönlich würde zum Beispiel ja eher behaupten, dass es genau die richtige Botschaft ist, einem depressiven Hoffnung zu machen und das Signal zu senden, dass die Lösung des Problems durch Selbstakzeptanz kommen kann. Wenn sie auch sicher nicht so schnell kommt wie in der Serie. Diese Art von Analyse und Gegenanalyse war zu einer Zeit der Hauptteil meiner Auseinandersetzung mit MLP. Ich war eigentlich nur noch damit beschäftigt, mir Interpretationen und Meinungen anzuhören und sie mit meiner eigenen zu vergleichen. Ob ich zustimme, ablehne, wieso ich zustimme, wo es Widersprüche gibt, was ich daraus ableiten kann, was sich davon auf andere Sendungen und meine eigenen Projekte ableiten lässt, wie man den Subtext deuten kann und all sowas. Wie ich sagte, finde ich eigentlich sehr interessant. Aber das hat dazu geführt, dass ich keine Lust mehr auf Ponys hatte. Die Serie hat ihren Spaß dadurch verloren, weil ich selbst anfing, jedes Wort auf potenziellen Subtext zu untersuchen und zu jeder Moral nach der Gegenthese zu suchen. Das war mir zu stressig und ich hätte keinen Spaß mehr am Schauen neuer Folgen. Die Geschichte endet hier noch nicht, da ich gerne nächstes Mal erzählen möchte, wie genau ich so inaktiv wurde und wieso ich trotzdem unverändert sage, dass ich die Ponys mag und auch jetzt endlich mal wieder mit den Folgen aufhole. Aber für heute wollte ich euch das einfach so sagen. Ich kann euch keinen richtigen Vorschlag machen, außer euch zu sagen, dass ihr vorsichtig sein solltet, wenn ihr euch mit Analysen über Dinge auseinandersetzt, die ihr mögt. Denn wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr genau dadurch die Lust verlieren und zu zynisch werden, um noch unbeschwert Spaß zum Beispiel mit den Ponys zu haben. Lasst euch einfach nicht von YouTubern oder anderen einreden, dass bestimmte Moralen oder Charakter Arks objektiv schlecht wären. Passt einfach auf, dass die Serie oder was auch immer ihr gerne mögt, niemals den Zauber für euch verliert. Sogar schlechte Sachen könnt ihr total gerne haben. Die Prequels von Star Wars zum Beispiel, ich kann mittlerweile anerkennen, dass die eigentlich objektiv betrachtet wahrscheinlich nicht besonders gut sind. Aber ich gucke sie trotzdem gerne. Und da ist auch nix bei. Und so solltet ihr es am besten auch machen. Ja, 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 so kann ich mich wieder moralisch über euch erheben und euch sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Das finde ich gut, denn so soll ja schließlich dieser Blog hier genutzt werden, nicht wahr? Und mit dieser etwas verwirrenden und eigentümlichen Moral verabschiede ich mich. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.